Hey Leute, ich bin's Phil und heute gibt's mal ein Battle gegen den Gomme. Heyho Minecraft-Freunde! Ja moin, und zwar haben wir heute mal ein Halloween-Battle am Start. Und zwar das gleiche Prinzip wie immer. Wir haben hier Items, die wir gleich mal rausnehmen können. Und das Prinzip ist ganz einfach, wir werden jetzt das Haus so sicher wie nur möglich einrichten. Und am Ende statt den Aktenkoffer wie sonst einen Herobrine verstecken. Und ich werde dann bei Gomme einbrechen, er bei mir. Und wer als erstes den Herobrine findet, hat gewonnen. Wir zeigen euch natürlich noch kurz das Haus. So sieht es diesmal hier auch außen aus. Also ein ganz kleines Haus haben wir hier. Huch! Okay, ja jetzt geht's. Alles klar. Ja genau, hier drin kann man theoretisch was verstecken. Weiß jetzt nicht, ob das so schlau wäre. Hier könnte man was verstecken. Da gibt's noch so einen ganz kleinen Speed. Und das Haus ist diesmal auch echt riesig. Wir haben hier ein Labyrinth, das auch nicht gerade klein ist. Dann haben wir noch einen zweiten Stock. Den wir halt nochmal unterteilen können in weite Räume. Und ja, das war es erstmal so zu dem Haus. Und mal schauen, wie das jetzt gleich aussieht. Das wird spannend. Ich werde es dir nicht einfach machen. Oh, ich dir auch nicht. Mein Haus ist auf jeden Fall vollkommen jetzt ausgestattet. Und Gomme muss auf jeden Fall jetzt einiges machen, um den Herobrine zu finden. Und zwar hat man hier erstmal so einen ganz kleinen Weg aus elektrischen Eisenzäunen. Da wird er auf jeden Fall relativ schnell sterben, wenn er hier dran kommt. Und da rein kommt er aber allerdings erst gar nicht mit der ersten Schlüsselkarte. Dazu braucht er die vierte. Dann ist hier noch was. Da gibt's einen kleinen Dropper später dazu und so weiter. Wo man mit einem Jump'n'Run hier hochkommt. Aber ich zeige es euch mal von Anfang an. Und zwar ist hier ganz unauffällig getarnt mit einer grünen Schalker Kiste die Level 1 Schlüsselkarte. Mit dieser kommt er ins Haus rein. Und zwar genau hier durch diesen Eingang. Und dann hat er erstmal ja ein ganz großes Labyrinth. Und in diesem Labyrinth. Und zwar glaube ich mal genau er muss hier lang. So und genau dann da in die Ecke. Das kann man noch so aus dem letzten Winkel ein bisschen sehen, wenn man sneakt. Ich kann es euch mal im Game Mode 1 zeigen. Also wenn man hier halt sneakt. Genau dann sieht man die Level 2 Schlüsselkarte. Mit dieser kann er dann wieder zurück. Man muss auch den Ausweg wieder finden. Das geht auf jeden Fall klar. Genau jetzt bin ich wieder draußen. Und mit der zweiten Schlüsselkarte kann er dann in den zweiten Stock. Sonst ist hier unten nichts mehr zu finden. Und hier sind dann erstmal ganz viele Truhen, die nichts bedeuten. Außer die Passwortgesichter-Truhe. Da ist die Level 3 Schlüsselkarte drin. Und die findet man, indem man hier außen hinschaut. Man muss wirklich ganz an den Rand gehen. Und dann hat man hier ein Schild. 4780. Das ist nämlich der Code dazu. Den muss ich hier eingeben, um die dritte zu holen. Und dann gibt es auch noch ein kleines Jump'n'Run dazu. Dazu komme ich gleich. Da oben ist eine Kiste. Mit der dritten Schlüsselkarte kann er aber erstmal in den nächsten Raum. Und hier sind dann ja ganz viele Fake-Wasser. Löcher sozusagen. Das heißt, da unten ist nichts drin. Das bringt nichts. Da wird er auch relativ schnell sterben. Aber außer hier, da ist nochmal eine Kiste mit der vierten Schlüsselkarte. Das heißt, ich hoffe mal wirklich, dass er erst dieses Loch hier ausprobiert. Dann das hier. Und am Ende erst hier mit normalem Wasser die vierte Schlüsselkarte bekommt. Mit der vierten Schlüsselkarte kommt er halt dann, wie gesagt, in dieses kleine Häuschen. Da muss er halt erstmal ganz kurz hier den Weg langlaufen. Muss ein bisschen warten, da er halt auch hier viel Schaden bekommt. Und da ist hier nochmal eine Schlüsselkarte. Und zwar die fünfte drin. Und mit dieser fünften muss er dann das Jump'n'Run machen. Geht eigentlich nicht so schwer. Dann hier hochgehen. So, die Sprünge gehen nochmal ein bisschen schwerer. Und dann auf dem letzten Block den Dropper nach unten springen. Also, ich hoffe mal, dass er hier ein bisschen failen wird. Dann muss er alles nochmal von vorne machen. So, hier lang gehen. Und mit der fünften kann er dann in diesen Raum. Da ist aber nochmal eine Passwortgesichtertruhe. Und den Code hat man dann nämlich da oben bei dem Jump'n'Run, das er auch machen muss. Hier ist eine Kiste, da steht aber ein trauriger Smiley. Aber hier oben, die Kiste wurde nach dem Code benannt. Zwölf, den muss er sich auch merken. Das ist natürlich nicht dieser Code, der steht außen. Aber somit hat er dann den Herobrine, wenn er halt alle Schlüsselkarten hat. Und das war es jetzt aber erstmal so zu diesem Haus. Ihr könnt natürlich noch, wie immer, gerne Vorschläge und Ideen für Fallen, auch für Häuser, weiter in die Kommentare schreiben. Und dann bin ich mal gespannt, wer das jetzt hier gewinnt. Dann drei, zwei, eins, go. Ja, es geht los, Leute. Oh, Alter, sind die Zäune stark. Oh mein Gott, was hast du hier gemacht? Da ist der Essen tot. Nice, Leute. Was hast du hier gebaut? Das ist irgendwie, ich habe hier einen Käfig gebaut. Ja, ziemlich viel gebaut. Ist das hier Fake-Wasser? Nein, das ist kein Fake-Wasser, weil da komme ich gar nicht rein in den Käfig. Oder doch vielleicht später. Ja, aber du musst darauf achten, ne? Also ich weiß nicht, ob man da schon direkt rein kann, ne? Ich verstehe schon, ich muss erstmal in die Hütte da vorne. Aber da komme ich gar nicht rein, du Troller. Da sehe ich doch jetzt schon, da brauche ich eine Keycard-Esser für. Moment mal, du hast da ein Rätsel gemacht, oder? Da steht irgendwie... Ein Rätsel? Was denn? Also in einer Kiste ist so blockt wie Tee, habe ich das Gefühl. Ja. Oh, hier ist ja überall was. Überall, würde ich jetzt nicht so sagen. Oh nein. Und ich habe gerade deinen Weg auf das Dach gefunden, denk. Troll heißt es. Oh mein Gott. Alter. Okay, krass. Aber ist es wirklich ein Troll? Ich vertraue dir da nicht ganz, ne? Ja, das ist die Frage. Ist es ein Troll? Ist es keiner? Ich bin hier gerade über deinen Dächern bei einem Mega-Jump'n'Run. Ey, was ist... Das führt uns nirgendwo. Also ich muss hier die ein oder andere Kiste noch aufmachen. Das macht es ein bisschen schwieriger. Und was machst du gerade? Ich habe was entdeckt. Und zwar ein Loch bei dem Feld. Aber da ist nichts drin. Ne, ich weiß... Oder? Ich weiß gar nicht, ob du das gebaut hast. Doch habe ich gebaut, aber da ist anscheinend nichts drin. Und jetzt kommt Dropper. Ganz ehrlich, ich habe noch nichts gefunden, ne? Also noch gar nichts. Ja, ich auch nicht. Außer hier verschlossene Türen. Hä, wo könnte die erste Schlüsselkarte bei dir sein? Hä? Ah, hier ist ein Jump'n'Run. Jetzt habe ich was. Okay. Einmal komplett rumgelaufen. Habe ich extra mit den Bäumen ein bisschen getarnt. Ja. Also ich habe... Ich sehe überall nur verschlossene Türen. Da, da vorne. Ich habe... Ne, nichts. Ich gucke jetzt mal hinter dein Haus. Die erste. Nice. Aber die war nicht schlecht versteckt. Was hast du? Die erste Truhe? Äh, die erste Schlüsselkarte habe ich jetzt. Echt? Ja. Wo war sie denn? Die war unter der Kiste versteckt. Der glaubst du mir nicht, ne? Oh, Mann, ey. Nice. Guck mal, aha, man kann sogar hier auf das Dach von hinten springen. Was steht da? 4, 7, 8, 0. Aha. Aha. Ich habe hier 4, 7, 8, 0. Nein. Oh mein Gott. Okay, die sollte man nicht von da aus sehen. Aber gut, du hast es... Aber das kannst du doch nicht merken, ja. 4, 7... Ich schreibe es einfach einmal in, Schatz. Ja, das kannst du so machen. Ich muss hier jetzt warten. Das ist echt gemein. Also... Wo musst du denn warten? Na, bei den... Jetzt habe ich wieder Schaden bekommen. Bei den Eisenzäulen. Bei den elektrischen. Moment, ist das normal... Oh nein, das ist nicht normales Wasser. So, jetzt hier rum. Oh nein. Okay, das war richtig knapp. Ich habe drei Herzen. So, hier rüber. Okay, zwei Herzen. Ich suche hier gerade bei jedem Baum ab. Ob da irgendwo eine Truhe oder so drin ist. Ich gehe mal weiter. Oh, das war noch nicht mal Fake-Wasser. Und ich habe hier unnötig gewartet. Die Frage ist jetzt... Ja, ich habe auch ehrlicherweise irgendwo mal... Äh, normales Wasser. Nice. So, ich gehe hier durch. Bestimmen muss ich von hier? Ich weiß jetzt, was du gemeint hast mit Labyrinth. Oh nein. Vor allem mit Spinnnetzen. Ja, ich möchte ja Zeit gewinnen, weil mir schon klar war, irgendwas wirst du schon irgendwie gut vorbereitet haben, wo ich dann richtig Zeit nochmal rausholen muss irgendwie. Okay, da geht schon mal nicht lang. Hm, ich bin gerade wie auf deinem Dach, aber nee. Vielleicht ist hier noch nicht was. Bäume. Das kann natürlich sein. Ich glaube, hier ist noch nicht was. Ich kann nämlich von deinem... Ich kann nämlich vom Dach auf die Bäume springen. Echt was? Hä, okay. Das ist komisch. Achso, ich bin... Ach, hier kommt mein Labyrinth. Das habe ich voll verplant. Okay, die zweite brauche ich hier. Okay. Aber wo bist du gerade? Im anderen Labyrinth? Ähm, jetzt... Ja, jetzt bin ich im anderen Labyrinth. Genau, genau. Jetzt müssen wir auf der richtigen Spur. Bei dir noch nichts gefunden, nichts weiteres. Ach, nee. Oh, da darf man... Da muss man echt... Oh, ich habe, glaube ich, was. Da darf man nicht so schnell durch. Ich gucke erstmal. Trick 17, ob die Kickert passt von außen. Bevor ich da durchgehe. 007 ist der Code. Die passt nicht. Ich habe einen Code von dir. Nein, wo war der Code? Ja, unten. 007. Musstest du sneaken, ne? Ja, da muss man sneaken. Was, das hast du rausgefunden? Wie hast du das rausgefunden? Was bist du für eine Maschine? Ja, gut, ich habe halt das Schild gesehen. Deswegen habe ich mal danach geschaut. Aber ich habe halt noch nicht mal eine Truhe gefunden, ne? Wo ich den Code brauche, ist die Frage. Echt nicht? Okay. Das ist krass. Ich hätte gedacht, du hast die Truhe schon gesehen. Hä, nee, aber dass du das gefunden hast, das meinte ich halt mit Gemeinsinn. Okay, wenn du das geschafft hast, dann packst du auch das andere, denke ich. Okay. Jetzt wird es nochmal spannend. Ich glaube, die ist hier nicht im Labyrinth. Doch. War auch. Oh mein... Ah, Moment. In diese Richtung bin ich... Die ist da oben getarnt. Oh. Hä? Ich sehe es, ich sehe es. Ja, ja, ich sehe es. Wie hast du das jetzt schon wieder gefunden? Wie schnell du da durchrunnerst? Weil ich endlich wieder den Weg gefunden habe. Aber die Frage ist... Ach, so komme ich dran. Also 007. Ja, ich habe auch endlich die zweite. Nice. Und hier kann ich durch. Ach man, ey. Und jetzt schaffe ich gerade das Jump and Run hier nicht. Das ist doch doof. Das ist echt gemein gebaut. Was machst du gerade? Ich bin auf dem Dach bei dem Jump and Run. Ich habe die zweite Key Card. Ah, okay. Ich hoffe, dass die da passt. Also bei der Hütte mit dem Zaun passt die nicht draußen. Oben, es gibt ja noch einen zweiten Stock mit den Leitern, ne? Als Tipp. Ach ja. Da musst du als erstes rein. So, gucke ich mal hier bei den Leitern, ob die da passt. Also hier war... Vermutlich. Oh, nice. Oh nein. Ich bin auch... Ganz viele Truhen. Bei dir jetzt auch. Oh nein. Und auch viele Eisenzäune. Und Wasser auch. Aber das Wasser tötet mich nicht. Oh, passwortgesicherte Truhe. Ach, das, wir brauchen mal das Passwort. Ähm, wo war es? Wo war das Passwort? 478-0. 478-0. Ich kann es ganz gut sagen. Eigentlich, man könnte das auch von drinnen durch die Glasscheiben aussehen. Ich bin gerade in einem Wasserraum. Also mit den Eisenzäunen und dem Wasser. Ah ja, ich habe gerade die vierte, die ich gerade gefunden von dir. Die vierte? Ja. Oh je, oh je. Okay. Aber ich komme gerade nicht weiter, leider. Was braucht man hier? Die dritte. Okay. Oh ja. Ich bin jetzt... Nein, ich bin gestorben. Oh Mann. Truhe Wasser ist ja auch so gemein. Vielleicht liegt die Antwort auf deine Fragen gar nicht in diesem Raum. So. 5 Euro bitte. Ich bin Wahrsager. Aber wo kann es denn dann sein? Moment mal. Hier ist es. Manchmal ist ein Schritt zurück, zwei Schritte nach vorne. Junge, Pana. Moment, Moment, Moment. Ich habe die dritte. Echt? Ja, durch den Tipp. Ja gut. Das war halt... Oh Mann, das Jump Run war halt so einfach, dass man direkt in einen anderen Raum kommt. Weißt du? Ja. Das war auch schön Verwirrung nochmal. Okay, hat funktioniert alles. Ja, geht ja weiter. Stimmt. Das tut wirklich weh, weil ich da... Oh nein. Ich bin auch gestorben. Das ist halt echt krass. Wieder da rein. Ja. Nice. Hier sind ganz viele Bäume. Ist das schwierig. Was? Ich bin... Oh. Ich habe direkt eine Kiste. Ist es schon... Ist es schon der Kopf? Ich glaube noch nicht. Aber ich habe was entdeckt. Wo denn gerade? Bei den Bäumen? Ja, aber ich komme nicht an die Kiste dran. Ich glaube mal, da muss man auf den Bäumen erst. Jetzt muss ich... Ich fühle mich gerade so unter Druck gesetzt. Ich rushe jetzt hier so durch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe den Weg nach oben. Du bist schon auf einem wirklich verdammt guten Weg gerade. Okay. Also ich bin jetzt auf den Bäumen. Ich habe den Block gesehen. Ja, ich habe die vierte. Oh, oh, oh. Ey? Ja, die Frage ist, wo ist die vierte? Schlüsselkarte. Achso, ja. Der Raum, eher gesagt. So, den musst du jetzt auch finden. Wie viele Karten hast du gesetzt? Okay, ich bin jetzt auch durch die Tür durch. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ich habe die fünfte. Oh, okay. Nice. Ist jetzt die Frage, wo habe ich noch... Ah, jetzt muss ich das Jump'n'Run machen. Jetzt muss ich Dropper machen. Oh, oh, oh. Jetzt aber alles geht, Leute. Ihr wisst selber, wo Phil gerade ist. Ja, aber... Ich weiß... Mann, ich finde die Tür nicht, glaube ich. Also ich habe sie noch nicht gesehen. Tja, jetzt wird es hier Kopf an Kopf rennen, würde ich mal so sagen. Ah, Mann, 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 Mann. Was ist... Wo kann es hier sein? Vielleicht, ich gehe noch mal runter. Ah, vielleicht ganz unten. Ich habe es, glaube ich. Moment. Die vierte. Ja, die geht hier rein. Nein! So knapp. So knapp. Und hier Glückwunsch. Oh, und hier steht Shit. Du hast es wohl anscheinend vor mir geschafft. Nein! Du hast es geschafft. Du hast es nice gemacht. GG. Ich bin aber auch... Ich hätte es, glaube ich, auch fast geschafft. Ich bin gerade bei dem Droppersprung. Nein! Ich kann es dir kurz zeigen, wo das ist. Warte, warte. Sag nicht hier... Nein, du bist ja gemein. Das ist ja gemein. Und den Code habe ich noch nicht, wahrscheinlich. Ja, aber es war ganz simpel eigentlich. Man muss auf alles genau achten. Soll ich es dir zeigen? Ja, zeig mal bitte. Okay, geh mal zu der Truhe mit den Diamanten. Ah, nee, Code 12 steht da. Ja, die wurde umbenannt. Aber das ist echt schwierig. Das ist für die wahren Profis. Das ist wirklich Level Advanced. Ja, das war vielleicht ein bisschen zu schwierig. Das tut mir leid. Heftig. Und mit dem Code, na klar, komme ich dann auch da unten weiter. Ja, aber es war trotzdem... Also wir hatten echt viele Schlüsselkarten. Also eigentlich alle jeweils dann... 12 eingeben und damit wäre ich dann auch ein Hero-Rennen. Boah, das war echt ein knappes Rennen. Oh ja. Falls ihr mehr von sowas sehen wollt, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Natürlich auch noch bei dem Komma vorbeischauen. Seine Sicht ist unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao. Ciao, adieu.